Heute haben wir einen super Traumtag, aber für die nächsten Tage ist ja eigentlich ziemlich mieses Wetter. Was erwartet dich da für Schwierigkeiten? Ja, im Prinzip ist heute schon ein starker Südwind rein, am Abend wäre der Kaltwand gekommen und jetzt müssen wir einfach mit der Situation dealen und schauen, dass man möglichst weit fliegt, dass man vielleicht heute den Dachstaun noch erreicht, weil morgen in der Kaltwand ist das sicher nicht lustig da oben umeinander rein, also werden wir versuchen jetzt gleich mal relativ schnell am Garsberg rauf und dann weiter. Ich denke mal, dass die meisten den direkten Weg über die Osterhorn-Gruppe wählen und da noch ab und zu fliegen und dann je nachdem entweder direkt an den Dachstaun fliegen oder nach Gosau zum Gosausee und dann am Dachstaun rauf. Das war's. 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 Das war's.